Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dinosaur Fossil Hunter. Der ersten Folge für heute, später kommt für euch noch die Folge von Let's Play Fahrenheit, Indigo Prophecy und das heutige Let's Rank. Ja, kurz bevor wir anfangen, eine kleine Entschuldigung. Beim letzten Part habe ich nämlich etwas vergessen. Ein neuer Abonnent ist dazugekommen, ist offiziell in der Liste drin, nämlich der U1-12. Das habe ich beim letzten Mal vergessen zu erwähnen. Vielen Dank fürs Abonnieren und fürs Teilen und ja, ich hoffe, dass dir die Videos zusagen. Entschuldige bitte, dass ich das vorher vergessen habe, also halt bei der gestrigen Folge. Dann noch was anderes, bevor wir anfangen. Bei der letzten Folge gab es einen Kommentar, wo unter anderem gesagt wurde, dass es zu laut war. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, den Ton runtergedreht. Normalerweise war er hier und jetzt ist er hier. Ähm, weil ich möchte natürlich nicht, dass es zu laut ist. Sagt doch bitte, wenn ihr möchtet, in den Kommentaren, ob das jetzt immer noch der Fall ist. Weil im letzten Mal bei Deinster Fossil Hunter ist leider nicht sonderlich viel passiert, tatsächlich. Wir haben aber zum ersten Mal eine Kiste mit einer Drohne wegtransportiert. Insgesamt haben wir drei Fossilien, glaube ich, drei Fossilien hochbekommen. Zumindest zwei Fossilien. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, als erstes mit der Drohne haben wir nicht in der Folge geholt. Und ja, wir haben weiteres Versuch mit der verdammten Wasserpumpe. Ich habe es auch nochmal im Off versucht. Und ja, ich muss euch leider enttäuschen, eine direkte Lösung habe ich immer noch nicht gefunden. Wie man das Wasser abpumpen kann. Mir ist allerdings eine Sache aufgefallen, die ich auf jeden Fall gleich tun werde. Wo wir dann gleich schauen werden, ähm, ob das was bringt. Und ansonsten müssen wir halt die Kisten nochmal noch holen. Und zwar kann man auch die Wasserpumpe mit Benzin füllen, mit Sprit füllen. Deswegen renne ich nochmal zurück zum Auto. Und beim Auto werde ich dann den Tank holen und da rein füllen. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich zufällig gesehen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden. Und vielleicht finden wir jetzt zufällig dann noch die Lösungen. Es wurde auch natürlich das mit den Rucklern bei der letzten Folge in den Kommentaren bemängelt. Ähm, dazu habe ich mich schon geäußert. Das ist mir natürlich bewusst. Der Punkt ist halt, das Spirokult bei mir genauso wie bei euch. Im Gegensatz zu anderen Let's Plays, die wir schon hatten oder teilweise haben. Fahren halt zum Beispiel läuft bei mir ohne Probleme, aber bei euch leider halt oftmals nicht. Ähm, da kann ich halt leider nicht wirklich was machen. Ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Das heißt nicht, dass ich dieses Kommentar nicht ernst nehme. Es tut mir auch sehr leid, weil es ärgert mich selber mit den Bildhängern. Aber ich weiß halt nicht genau, was ich da machen soll. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich lege den kurz ab. Den Benzinkalister. Und dann nehme ich die Wasserpumpe, denn die steht ja nicht gerade. Wenn man die nämlich hoch genug hält, dann wird sie gerade. Übrigens auch was, was ich zufällig herausgefunden habe. Ja gut, das war jetzt... Okay, das war jetzt von mir dumm. Normalerweise wäre sie jetzt gerade gefallen. Sie ist nur auf Lampen gelandet. Aber hier müsste sie gerade fallen. Genau, da steht sie jetzt gerade. So, fern sie nicht um, Caps. Nein, tut es hier nicht sehr schön. Da stehe ich jetzt auch die Lampe wieder auf. Beim... Tank hat das ja geklappt. Ja, hier ist ein roter Kreis. Also hier ist ein roter Punkt, hier unten nicht. Am Boden. So, bleibst du stehen. Ja, tust du. Sehr schön. So, jetzt nehmen wir den Tank und dann füllen wir den eben ein. Nein, du fällst bitte nicht um. Das wollte ich nicht. Also den Kraftstoff. Und den füllen wir an in die Wasserpumpe. Leider weiß ich halt nicht, was das groß bringt. Aber man kann es. Hier sieht man es. Halten zum Tanken. Hier ist übrigens auch so ein Kreis. Den habe ich mir letztes Mal auch nicht gesehen. Erst beim Anschauen. Ähm... Der ist auch sehr schwer zu sehen, tatsächlich. Aber hier füllt sich ein Kreis. Das ist halt wegen Weiß auf Weiß. So, jetzt ist die voll. Und jetzt seht ihr, da ist jetzt rot. Das heißt, da kann man jetzt nicht mehr weiterfüllen. Ich tue jetzt den Tank natürlich zurück zum Auto. Und dann probieren wir das mit der Wasserpumpe nochmal. Also jetzt ist Kraftstoff drin. Das wusste ich nicht. Ich dachte halt, es ist da unnötig. Weil wir haben ja gesehen, sie funktioniert auch ohne Kraftstoff. Aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, vielleicht finden wir jetzt eine Lösung. Vielleicht jetzt mit dem Generator verbinden oder so. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht finden wir eine Lösung. Wir haben hier zwei Kisten drin. Und eine würde ich noch gerne holen. Eine würde ich gerne für Drohnen transportieren. Habe ich ja gesagt, dass wir halt ein Firmenmuseum haben. Und, ähm, genau. Ansonsten würde ich halt gerne das jetzt mit der Wasserpumpe hinkriegen. Vielleicht kann man die hier ja jetzt anschalten. Vielleicht ist das jetzt das Rätselslösung. Wüsste man halt davor nichts. Weil davor heißt es nur, man soll sie einfach abstellen. Aber der Generator ging ja an. Das probiere ich mal als nächstes. Ob die vielleicht jetzt hier einfach angeht. Weil man kann sie natürlich, wenn man sie jetzt hochhebt, dann wird immer noch, ihr seht es hier, da wird halt immer noch das Floß angezeigt. Hier sonst nichts. Aber beim Floß, ihr wisst ja, da bringt das nichts. Das heißt, ich tue sie mal in Richtung Wasser transportieren. Und dann, äh, versuche ich sie einfach mal anzumachen. Ähm. So, hier muss es nah genug eigentlich sein. Da kommt ja eh ein Schlauch raus. Ich will natürlich, dass sie gerade fehlt. Nur weil ich habe keine Ahnung, wie das sonst gehen soll. Also anmachen geht. Wie ihr seht. Das ist rot. Weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Kann man sie denn angemacht transportieren? Ich weiß schon, dass ich jetzt noch mal Zeit für Spende. Ja, das war übrigens nichts. Von runterfallen habe ich nichts gesagt. Nein, da schaltet er sich automatisch ab. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht muss man irgendwas noch weg machen, dass der es kapiert. Also mit dem Auto hinfahren. Wegen dem Thema zum Fundort. Das sind wir. Weil man kann sie anschalten, aber vielleicht ins Wasser stellen. Weil ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe, ich sinke jetzt nicht gleich ein. Weil ich würde halt jetzt gerne mal hier das Wasser abpumpen. So, hier kam jetzt gerade ein Hinweis. Das kannst du nicht unter Wasser benutzen. Ja gut, also unter Wasser würde ich das nicht definieren, aber okay. Ja, ich weiß schon, ich verschwinde hier jetzt weiter Zeit, aber ich will halt einfach wissen, wie die funktioniert. Weil die muss funktionieren. Ich habe wirklich geschaut. Ich habe es ausprobiert. Ich habe geguckt wegen Lösungen. Ich habe keine Lösung gefunden. Der Museumsmitarbeiter hat übrigens die Reinigung des Flusils fertig. Ja, aber hier tut sich nichts. Ja gut, dann bringe ich sie wieder vorne an und schaue dann noch unter Wasser mal. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß es wirklich nicht. Es tut mir wirklich leid. Dazu gab es leider keinen Kommentar, wie das mit Wasser abpumpen funktioniert. So, einrichten. Ja, wirklich einrichten. Das Problem ist, wenn man es hier halt hat, dann hat man wieder den Schlauch in der Hand. Das ist nicht das, was gemeint ist. Dann hat man wieder den Schlauch in der Hand. Ich gucke jetzt nochmal unter Wasser. Ob da irgendwas ist. Was man halt noch machen muss. Keine Ahnung. Das ist echt verwirrend. Für mich übrigens ist die Musik jetzt extrem leise, möchte ich nur hinzufügen. Das ist auch komisch, wie langsame Palliotol sich manchmal bewegt. Hier bewegt sich. Hier kann sich wieder ein bisschen schneller, aber gerade eben. Hier ist halt nichts Dunkles mehr. Hier sind keine, halt da war ein paar Flecken. Aber das meiste haben wir halt schon weggepumpt. Wir sehen übrigens das Floß. Das folgt uns. Das sieht man gerade als Schatten. Ich meine Erfahrung kriegen wir schon. Aber bringt uns halt nichts. Wenn wir das Wasser nicht abpumpen können. Also ihr seht, ich habe es da ein bisschen versucht. Hier ist noch, ist noch was, was man entfernen kann. Weil vielleicht muss ich einfach alles entfernen. Erfahrung gibt es dafür ja, wie gesagt. Da vorne ist auch noch ein Fleck. Hier ist auch noch ein Fleck. Wo gab mal wieder gar nichts passiert. Alles klar. Finde ich auch super, wenn gar nichts passiert. Aber ich meine, das hier hat auch ohne Tank funktioniert. So, der ist weg. Wir sollten mal bald wieder in die Luft. Ja, ansonsten ich lasse es jetzt so. Ich lasse es jetzt so. Das liegt jetzt nochmal ab. Bring mir ein Auto mit Ausrüstung. Und beginnt mit der Ausgrabung. Ja, das Problem ist, wir sind schon an dem Ort. Vielleicht geht das wirklich erst später. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier noch mindestens einen Stein haben. Damit wir halt dann wieder vier Steine im Museum haben und da weitermachen können. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel Zeit verschwendet. Es nervt mich halt, dass es nicht funktioniert. Weil ich weiß wirklich nicht, dass es funktioniert. Wie gesagt, ich habe bei anderen YouTubern geschaut. Er hat zwei Minuten verbraucht. Ich habe bei anderen YouTubern geschaut. Ich habe selber ein paar Tests gemacht. Ich habe gegoogelt wegen Hilfe und nirgendwo hatte ich irgendwas gefunden zu diesem Thema. Vielleicht war ich auch nur einfach blind. Aber ich habe nichts gefunden. So, hier haben wir was drin. Das ist sehr schön. Dann wollen wir gleich mal hier vom Schlamm befreien. Ich hoffe, dass jetzt der Ton einfach passt wegen der Ruckler, wie gesagt. Da kann ich leider nichts mehr machen. Da muss man halt in Zukunft schauen. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Kurz scannen. Nein, auf die andere Seite. Na, wo ist der Knochen? Nein, oben auch nicht. Da war er doch gerade. Genau, hier ist was. Was haben wir hier? Der Romyos aus Albert Hensis. Bliebmaßen vorne rechts. Okay, noch reingipsen. Das hätte ich gerade fast vergessen. Und dann gucke ich gerne noch mal ins Tablet, weil es müssten jetzt noch 12 Units, also 12 Standesuntersuchungen sein. Weil es war ja ursprünglich 16 und vier haben wir weg. Den hier mitgezählt. Aber der kommt natürlich noch in die Kiste. Der kommt natürlich noch in eine Kiste, die wir dann mit der Drohne abtransportieren, weil im Kofferraum ist ja kein Platz mehr. Dass wir dann wieder vier drin haben. So, ich renne schon mal vor zum Laptop. Ich denke, mittlerweile sollte es dann darauf fertig sein. Wie gesagt, mit der Wasserpumpe keine Ahnung. Zumindest mit dem Tanken. Ich hoffe, das hat irgendwas gebracht. Ihr habt ja gesehen, man kann die anmachen oder konnten sie anmachen, aber halt, ja. Man, es wird halt einfach kein Symbol angezeigt am Ufer, wie man es sieht in der Hilfe, in der Hilfestellung. Das ist kein Problem. Das wird aus irgendeinem Grund nicht angezeigt und du kannst nichts machen. So, kurz schauen in die Wissensbasis. Wir haben bereit zum Museum gebracht zu werden, die vor der Religi-Extremität. Das war die, die die Drohne gebracht hat. Die andere ist im Vorbereitungsraum, weil sie fertig ist. Und hier müssten wir jetzt noch zwölf haben. Ich zähle kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Stück, okay. Alles klar. Auch gut. So, dann wollen wir die eine mit der Drohne wegtransportieren. Die ist ja jetzt wieder da. Und zwar die kleine Kiste hier. Rufe die Drohne. Muss man halt nur kurz warten. Ja, ich will wirklich eine Drohne rufen. Warum geht das jetzt nicht? Okay, ich tue kurz hier eine Kiste drauf, da wo sie gefehlt hat. Ach, kleine Kiste voll. Ich habe das falsch benutzt. Natürlich. Okay, selber schuld. Da war ich ein bisschen dumm. Und hier müssen wir gerne eine kleine Kiste drauf packen. Wir müssen nur kurz warten, bis die Drohne halt die eine Kiste hochgehoben hat. Weil wir wollen ja keine Kiste auf die jetzt transportierte Kiste packen. Das wäre ja ein bisschen dumm. Das heißt, ich warte hier kurz. Wir wissen ja, die Drohne kommt gleich. Die ist ja nicht so langsam. Da kommt sie schon. Da sehen wir sie schon aus dem Himmel herunterschweben. Und dann fahre ich halt zurück, weil mit der, die wir jetzt per Drohne transportieren, haben wir dann vier durch die beiden im Kofferraum. Und dann, ja, wisst ihr ja, wieder ein bisschen Vorbereitungs-Action. Wir müssen natürlich dann erstmal von unseren Mitarbeitern die eine Kiste in einen Teil holen, damit wir den aufbauen können. So, hebt sie die an. Dauert hier immer ein bisschen. Das ist ein bisschen lästig, weil es ist Wartezeit. Na, kommt Drohne. Ich sehe auch, dass du da bist. Ja, jetzt wird sie angehoben. Noch schnell auf Kistenhöhe. Sehr gut. Jetzt können wir im Laptop die letzte Kiste anfordern. Und jetzt schaue ich mal kurz, wie viele Kisten haben wir jetzt hier noch und lager eine und hier vorne drei. Das heißt vier Kisten. Das ist okay. Gut, dann fahren wir jetzt zurück ins Museum, schicken die beiden Kisten, die wir jetzt haben, zurück. Denn die Drohne kümmert sich. Das habe ich auch vorher kurz im Landebildschirm gesehen. Da stand eindeutig drin, von Drohnen transportierte Kisten werden halt ins Museum gebracht. Die fünf Minuten waren natürlich relativ lang. Aber es gab kein Feedback zum Thema Skills. Deswegen warte ich damit erstmal mit dem Mitarbeiter verteilen. halt auf das Nächste. Wir haben immer noch relativ viel Tank übrig. Also der Tank, den man einfüllt, der Tank, den man einfüllt in Wasserpumpe und den Generator ist auf jeden Fall nicht sonderlich viel. So, ich hoffe, der schafft das. Bitte schaffe es, bitte schaffe es. Ja, schafft er. Sehr gut. Und dann gleich nach vorne. Ich hoffe, dass wir jetzt zumindest noch mit dem Teil anfangen können. Also ich würde gerne zumindest das eine Teil, was der Museumsmitarbeiter gemacht hat jetzt in der Zwischenzeit, das war, glaube ich, die hintere rechte Extremität, würde ich gerne zumindest aufbauen oder anbringen. Und irgendwie hat der liebe Paläontologiker gerade die Kurve verkackt. Das finde ich gar nicht so toll. Das darfst du gleich nochmal versuchen. Ich habe zum Beispiel auch versucht, die Ausrüstung einfach, also ich bin mal komplett zurückgefahren, hoch zur Basis quasi, zum Startpunkt, habe halt versucht, die Ausrüstung neu einzupacken und neu auszuladen bei dem Ausgrabung. Aber das hat halt auch nichts geändert. Es war trotzdem das Problem, dass die Wasserpumpe einfach nicht Wasser abgepumpt hat. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Das Problem ist halt, es nimmt uns Zeit, weil wir müssen jeden Stein einzeln hochnehmen. Und ja, ich zerschlag jeden Stein. Ich will nämlich 100% sicher gehen, dass dann da unten nichts mehr liegt. Deswegen es würde uns halt Zeit kosten. die unnötig ist. Also, wie gesagt, über Kommentare, wie diese Wasserpumpe funktioniert, wäre ich sehr verbunden. Ich kann mir halt vorstellen, dass man gleich von Anfang an hätte, Tank reinfüllen sollen, aber das wurde so halt nicht genannt, in der Hilfe, in meinen Augen. Da wurde zwar gesagt, manche Sachen brauchen, ähm, brauchen, äh, Kraftstoff, aber es wurde halt nicht gesagt, nutze die Wasserpumpe erst nachdem du Kraftstoff eingefüllt hast. Und da es eben auch ohne Kraftstoff funktionierte, mit zumindest dem Graben, dachte ich mir halt, wir brauchen keinen. Ja, oder es liegt einfach daran, dass es erst ein Teil der Dinosaurier funktioniert, weil Story-mäßig müssen wir ans Teil der Dinosaurier. Das, äh, wissen wir ja schon. Aber ja, ich will halt erst den Steinbruch komplett von, äh, Fossilien befreien. Das will ich halt davor machen. Deswegen, ja, muss der Stein, muss halt das Teil der Dinosaurier erstmal warten. Wir könnten natürlich auch kurz die Ausgrabungsort wechseln. Ich meine, es gibt ja einen anderen Ausgrabungsort, quasi gleich daneben. Aber, nee, eigentlich will ich das nicht. Eigentlich will ich erstmal den leer machen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben. Ich muss sowieso in Zukunft gucken, wie ich die Parts mache. Aber dazu werde ich später bei allen beiden Folgen noch was sagen, noch eine kleine Ankündigung machen. Die mache ich jetzt hier nicht. Nein, wir haben nichts vergessen. Die Ankündigung mache ich hier jetzt nicht. Der Dinosaur Fossilander kommt ja am Wochenende nochmal. Ich muss halt einfach schauen, wie in Zukunft die Folgen noch gehen. so, einmal Kofferraum auf und einmal die beiden Kisten raus. Ja, also ich höre die Musik noch, aber bei mir ist die extrem leise. Also ich bin gespannt, wie sie dann in der Aufnahme ist. Aber wie gesagt, es wurde halt in den Kommentaren gesagt, es ist viel zu laut. Deswegen, ich habe das bislang nicht so empfunden, muss ich ehrlich sagen. Und ansonsten gab es auch bisher kein Feedback dazu. Aber ja, ich nehme euer Feedback ernst, eure Kommentare ernst. Deswegen habe ich auch das ernst genommen und halt hier entsprechend den Ton runtergedreht. Wegen den Ruhklang kann ich halt wenig machen. Das nervt mich selber auch mit dem Slowmotion. Es ist ja auch nicht überall gleich schlimm. Im Museum wissen wir, aus irgendeinem Grund ist da der Paläontur gefixed sondern es ist nicht so abgehackt, wie ich hier auf der Ausgrabungsstelle. So, erste Kiste haben wir. Hier ist die zweite Kiste. Das ist das Buskopffragment. Das andere war die vordere linke Extremität, glaube ich, und die vordere rechte. Ich glaube, die haben wir geschickt jetzt per Drohnen. Und bei dem zweiten müssen wir gleich noch mal gucken. Ja, ihr merkt schon, auch heute nicht gerade meinen Top-Tag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre schön, wenn der Tag ein bisschen besser gelaufen wäre, aber na ja. So, Buskopffragment 1. Was war das andere? Buskopffragment 2. Ah ja. Okay, dann reisen wir noch schnell ins Museum. Ich hoffe, dann haben wir noch genug Zeit, um halt, wie gesagt, zumindest das vom Mitarbeiter gesäuberte fertig aufzubauen. Das wäre schon schön. Ich will die Kiste ins Museum schicken. Ja, möchte ich. Und wir möchten dann auch gleich hinreisen. Da einfach nur vier gleichzeitig in der Werkstatt stehen, werde ich immer alle vier Fossil zurückreisen. hier sieht man es gerade. Fossil, die von der Ausgabe und Patronen verschickt werden, werden direkt ins Fossil und transportiert. Die Frage ist halt jetzt, ob da schon jetzt die letzte angekommen ist. das werden wir gleich sehen. So, Exil zum Zusammenfassung plus 70 Erfahrungen. Für Benutzwerkzeuge plus 80 Erfahrungen für Vorbereitung der Knochen. Ansonsten 0. Und damit 150 Erfahrungen. Ich frage mich, warum wir keine Erfahrung bekommen haben für transportierte Knochen. Aber gut. Sei es so. So, ich hole mir gleich mit dem Tablet die Kisten. Bereit zum Museum gebracht werden. 1, 2, 3. Das letzte ist im Vorderbereitungsraum. Okay, die letzte scheint noch nicht angekommen zu sein. Alles klar. Das macht uns nichts. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 4 Minuten. Das reicht, um das eine Ding aufzubauen. Genau, hier sind jetzt halt 3 Kisten. Das reicht, um das eine Ding aufzubauen. Das machen wir schnell. Wir wollen das zusammenbauen. Das ist das hintere, hintere, rechte Extremität. Das habe ich gerade noch gelesen. Genau, hier steht es auch gerade. Also in einem Grund muss man hier auch immer zweimal reingeben, weil sonst wird da einfach das nicht angezeigt mit diesem Modell fürs Aufbauen. Den mache ich noch schnell. Den bringe ich noch schnell an und dann beim nächsten Mal müssen wir halt gucken. Na, da ist es doch gelb. Okay, dann lege ich den kurz ab. Dann nehme ich den da. Da ist es doch gelb. Ich sehe das genau. Aber irgendwie geht er nicht. Das ist jetzt natürlich ärgerlich, weil das kostet uns Zeit. auch wenn die jetzt es nicht mehr so schlimm ist. Ich meine, weil mit diesen Part zumindest ein bisschen was erreicht, aber ihr seht schon, das mit der Wasserpumpe, das nervt mich halt schon. weil da konnte ich halt gar nichts machen. Ja, das hat geklappt. Und wie soll er jetzt das nicht angenommen? Das hat wieder nicht geklappt. Da müssen wir das gerne mal schauen mit dem Anbringen. Ich will jetzt hier nicht so lange drehen und rumschieben. Ich würde nämlich gerne pünktlich aufhören. Ihr könnt, wenn ihr wollt, in die Kommentare schreiben, welche beiden Teile wir dann wieder den Assistenten geben und welche beiden Teile wir selber machen. Ich denke, er kriegt auf jeden Fall einen Arm. Vielleicht kriegt er beide Arme und wir machen den Brustkorb. Wobei ein Brustkorbfragment auch ziemlich lang war. Weil er ziemlich viele Teile hatte. Ja, mal gucken. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Safe mal. Seht ihr, ob da von euch was im Feedback kommt. Wäre nett. Ich sehe doch hier Escape leuchten. Da drin sollst du rein. Wieso geht das nicht? Boah, ich kriege gerade ein bisschen hier den Würgereiz beim Zusammensetzen. Weil teilweise funktioniert der problemlos und teilweise einfach nicht. Verstehe nicht warum. Ich bin gerade einfach zu unkonzentriert, glaube ich, weil ich halt jetzt pünktlich aufhören will. Ich bin auch ein bisschen angepisst wegen Fahrenheit. Wer die Folge gesehen hat, weiß es schon. Die ist leider nicht super gelaufen. Denn ja, die habe ich jetzt erst aufgenommen. Ich weiß, ich sage, dass ich immer mit Thanos auf Auslande anfange. Das liegt einfach an dem Thema, wie ich es hochlade. Alphabetisch. Aber ich habe Fahrende LTS aufgenommen und leider lief das heute ziemlich beschissen. Und mit ziemlich beschissen meine ich, dass da waren sehr viele Bildhänger und lange. Rein von dem, was passiert ist im Game war es ziemlich krass sogar, finde ich. Aber leider hat man halt nicht viel davon gesehen. Und das ärgert nicht, weil ich das halt absolut nicht verstehen kann, warum das der Fall ist. So, jetzt haben wir die großen Knochen. Normalerweise wollte ich die kleinen zuerst machen, aber wir wollen jetzt nicht viel Zeit verschwenden. Ich glaube, das gehört da rein. Da ist so eine Lücke, aber anscheinend nicht. Dann wollen wir mal drehen. Nein, es gehört da hinten rein. So, die Kralle gehört bestimmt da auch hinten hin. Na, ich sehe, nichts gäbe es. Hier. und das letzte Stück. Verstehe dich, warum das vorher nicht gegangen ist, weil ich habe vorher genau auf dieselben Stellen geklickt, wie ihr wisst. So, dann haben wir den. Den bringen wir schnell an. Noch am Fossil, am Dromiosaurus. Da hat er jetzt beide Beine, das Erste-Transfragment und die Hüfte. Wenn ich mich nicht ganz irre. Und aufs Tablet schaue ich gleich noch mal wegen dem Drohnen angelieferten Kiste. So, erledigt. Hans Museum geliefert. Drei Stück vordere linke Extremität, Brustkorbfragment 1 und 2. Ja, also wenn es nach mir ginge, würde ich beim nächsten Part den Mitarbeiter die vordere linke Extremität geben zum Säubern und wir machen das erste Brustkorbfragment. Aber mal gucken, was ihr in die Kommentare schreibt. Das heißt, wir tun auf jeden Fall die hier schon mal hier rein. Bei Gips müssen wir auf jeden Fall machen. Und dann gucke ich mal hier in die Prestige Stammwitz 470 von 1000. Das geht echt fix. Und ich gucke hier auch noch mal ins Management. Wir haben fast das nächste Level ab. Und hier hat noch zwei Arbeiter frei. Schauen wir mal, was wir damit machen. Okay, dann höre ich jetzt auf. Haben wir überzogen. Nein, nicht genug, um abzukürzen. Wir speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Part wird dann wieder ganz fleißig gesäubert. Wie gesagt, wenn es nach mir ginge, würde ich das Brustkorbfragment nehmen. weil das war auf jeden Fall weniger Arbeit als die Nein, zum Desktop verlassen will ich nicht. Das war auf jeden Fall weniger Arbeit als der Arm, der, den ich halt von dem wir jetzt den Gips entfernen würde und dem ich halt dann, wie gesagt, dem Museums Mitarbeiter geben würde. Aber mal schauen, was ihr dazu schreibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen Folgen auch dabei seid. Auch wenn Fahrenheit leider, wie gesagt, qualitativ nicht so geil gelaufen ist, würde ich mich darüber freuen. Denn Story-mäßig war es schon wichtig, denke ich. und ja, das, äh, dort, das hat halt immer Schwankungen. Was soll ich sagen? Es, äh, ärgert mich genauso wie euch wahrscheinlich mehr. Auf jeden Fall sehen wir uns dann, wenn ihr möchtet, beim nächsten Mal morgen wieder bei deiner Sofossil Hunter oder halt später bei den anderen beiden Folgen. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.